Hi ihr Lieben, wenn ihr gerne königlich diniert, dann werdet ihr euch im Schlosshotel Kurfürstliches Amtshaus pudelwohl fühlen. Ein Himmelbettchen, hier schläft man ja wie eine Prinzessin. Ein Bad mit großem Fenster und solch einem Ausblick, das hat doch was. Musik Die Küche des Hauses ist klassisch, köstlich und französisch inspiriert. Herr Linke und sein Team interpretieren sie mit nordischen Anklängen und der leicht raue Natur der Eifel. Es wundert uns nicht, dass das Restaurant Graf Leopold mit einem Michelinstern ausgezeichnet ist. Musik 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 So, jetzt hatte ich gerade eine total angenehme Massage bei dem Alex. Ich bin ja jetzt im fünften Monat schwanger, sieht man jetzt auch immer mehr. Und als werdende Mama muss man sich auch mal was gönnen. Musik 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 Fragt nach Zimmer 118, das hat einen ganz besonders schönen Ausblick. Musik Im nächsten Video zeige ich euch den tollen Wildpark Down, der lediglich 15 Autominuten vom Hotel entfernt liegt. Also abonniert doch meinen Kanal ElishebaTV und bis bald wieder. Musik 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 Musik